Der Autor sei in der Stadt Nizhny Novgorod unterwegs gewesen, als ein am Fahrzeug angebrachter Sprengsatz detonierte, melden mehrere russische Nachrichtenagenturen. Prilepin gilt als Hardliner und Unterstützer Putins. Die Newsagentur Rian Novosti berichtet, die Explosion habe sich auf einer Autobahn ereignet. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, auf Telegram. Die Tatsache ist wahr geworden. Washington und die NATO haben eine weitere internationale Terrorzelle gefüttert. Das Kiefer Regime. Laut dem Kreml gebe es eine direkte Verantwortung der USA und Großbritanniens. Russische Medien verlinkten ein Video, das den Wagen zeigen soll, in dem Prilepin gesessen hatte. Die Explosion erinnert an den Anschlag auf die Propagandistin und Journalistin Daria Dugina. Sie verbrannte im Wagen. Ihr Vater, Alexander Dugin, war Augenzeuge. US-Geheimdienste waren sicher. Die Ukraine dürfte in dem Terrormord involviert gewesen sein.